Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem GOM-Server. Oder genauer gesagt, handelt es sich eher um die erste Folge hier auf diesem Server. Ich dachte mir, ich könnte es doch einfach mal aufnehmen, wie scheiße ich doch eigentlich in diesem Spiel bin. Nur damit ich es euch mal zeigen kann. Die Namen der Texture Packs und der Resource Packs und allgemein hier von allem, was ich benutze, sind in der Videobeschreibung. Links habe ich jetzt nicht reingepackt, weil keine Ahnung, ob die Installation sicher ist und ich einfach Glück gehabt habe. Ich weiß es nicht. Also downloadet es euch auf eure eigene Gefahr. Aber der Shader, den ich benutze, der sollte eigentlich relativ sicher sein. Das ist nämlich der Zeus Shader und der ist ziemlich gut. Labymod habe ich ebenfalls drin, wie ihr da oben rechts unschwer erkennen könnt. Ich habe mich hier auf den Apfel begeben, den glaube ich, ist das Gomme? Keine Ahnung, ob das Gomme sein soll. Ja, den hier halt irgend so ein Typ hängt und ich würde sagen, wir beginnen einfach erstmal mit einer Runde Skywars. Wusch. Ja, das Tank-Kit habe ich drin. Ah ja, das ist das Nebelnik Texture Pack. Das ist die PvP-Jacke. Keine Ahnung, ob ihr Nebelnik kennt. Lol, ich habe es angezogen. Lol. Es leckt glaube ich gerade, oder? Ich glaube. Ne, es leckt nicht. Lol. Die PvP-Jacke angehalten. Ah, das Nebelnik hinten drauf. Guck mal. Dieser Turm. Haha. Lol. Und ja, da habe ich das Tank... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man sieht meine Augen einfach nicht. Scheiße. Was ist das denn hier? Oh Gott. Ich habe das Tank-Kit gerade erst installiert. Bilu, Lupida. Was ist das? Sonic. Hä? Diamant-Stiefel-Schutz 2. Ja, die sind besser. Gold-Stiefel... Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich kenne das Kind nicht mehr. Der Aluhelm. Der Aluhelm der Gedanken. Oh nein. Lupida müsste eine XP-Flasche sein, ne? Ja. Dann ist Bilu wahrscheinlich. Was ist das? Irgendwas zu essen. Was ist da? Es ist ein Gold-Apfel. Oh nein. Es ist ein Gold-Apfel. Was macht der blaue Igel? Puh. Kann irgendwie nix. Hm. Keine Ahnung. Oh Gott. Man sieht ja meine Hitbox. Trank der Feuer-Resistenz. Ich habe nicht mal ein Schwert. Okay, ich werde wohl mehrere Runden aufnehmen müssen, Alter. Ich bin so kacke. Ich habe ja... Ich bin so schlecht. Oh Gott. Man sieht ja meine Hitbox. Ich habe mir ein Stank gekauft. Huh? Ein Trank? Ich soll das Lebens-Elexi... Ja, ich will es haben! Gib es mir! Gib mir die Lebens-Essens. Oh Scheiße. Nein, das funktioniert. Ich habe gar kein Schwert. Nein! Gib mir die Truhe. Alter, das Wasser sieht doch schön aus. Da habe ich keine Zeit für... Nur Holz, Schwert. Egal. TNT, Eisenbahren, Holz. Brauche ich alles. Okay, ich mache mir mal kurz eine Crafting-Bench. Oh Gott. Aber ich durfte gleich Leben verlieren. Diamantzwert, Diamantzwert, Diamantzwert. Das Illuminatik-Sword. Okay, 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 okay. Lupina. Ich brauche mehr Lupina. Nein! Ja, komm, den kriege ich! Nein! Ja! Ich habe ihn! Wieso habe ich Dammit bekommen? Ich habe einen Trank! Nein! Ich habe Wither-Effekt! Kann ich den blauen Igel essen? Was kann ich essen? Oh! Hier ist Lava! Oh mein Gott! Meine Metall ist voll! Nein! Puh! Habe ich... Was sind Enderpellen? Ich weiß es! Wieso bin ich vergiftet? Hier ist es zu nass! Wieso? Oh, ich habe Itemphysics drin! Oh, geil! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der baut sich zu mir rüber! Der baut sich zu mir rüber! Der baut sich zu mir rüber! Oh nein! Ich wurde mit dem Bogen abgeschossen, oder? Nein! Meine Items! Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hingeklickt habe! Achso! Trouble in Terrorist Town! Die Modi sind eigentlich relativ selbsterklärend! Ich werde jetzt erstmal nicht erklären! Wenn ihr nicht wisst, wie die gehen, dann... Keine Ahnung! Schaut es euch bei GOMMA an! Hat es bestimmt mal vorgestellt! Oh mein, ich habe mein Setup hier ein bisschen geändert! Also ich habe mir nichts neues gekauft! Aber ich habe mein Mikrofon und alles ein bisschen verschoben! Ich habe keine Ahnung, ob das so gut ist! So ein Holzschwert haben wir schon mal! Oh mein Gott! Die Enderchess! Die Enderchess! Kinderschere ist der Bogen! Ne, das ist ein Steinschwert! Das müsste ein Steinschwert sein! Oh, diese Hitbox, die nervt mich! Okay! Leute, komm! Wir kriegen das Eisenschwert! Hi! Okay, wir sind beide Traitor geworden! Der Traitor-Shop! Ist natürlich recht auffällig! Ich würde sagen, Creeper-Pfeile! Ja, ich habe mir jetzt mal Creeper-Pfeile geholt! Eine Kinderschere habe ich auch! Was ist das? Personenidentifiziere als Traitor? Okay, ich habe... Mann, ich brauche noch eine Kiste! Ich habe keinen Bogen! Ah, perfekt! Okay! Lupine am Spieß? Lol! Okay, Leute! Wir müssen uns unauffällig verhalten! Hey, Detective! Was geht ab? Ah, hier ist die Maschine! Ich gehe da nicht hin! Tschüss! Hallo! In diesen Tester gehe ich nicht rein! Na, du! Haben wir dich umgebracht? Haben wir dich umgebracht? Oh! Nein! Nicht die Einrastfunktion! Nein! Ich hasse die Einrastfunktion! Die ist für Minecraft richtig unpraktisch! Dieser Shader ist eigentlich auch richtig unpraktisch! Ah! Ah! Das war dumm! Ah! Äh! Ah! Random killing! Genau! Oh! Die Ender Games! Wie gerne würde ich die Ender Games spielen? Maudado hat die wieder so ein bisschen wiederbelebt, aber naja... Skyblock? Was gibt es Skyblock? Was gibt es Skyblock? Geil! Aber die wollen auch eigentlich einfach nur an Hypixel rankommen! Sobald ich weiß, ist Skyblock der zweitbeliebteste... Ah! Weltweit! Das ist richtig heftig! Äh! Solo Job League, ja! Ich habe nämlich niemanden mit dem ich spielen kann! Äh! Okay, ich merke gerade, das Shader verträgt sich jetzt nicht so gut mit dem Texture Pack! Vielleicht nehme ich den lieber mal raus! Shader! Aus! Jetzt spielen wir erstmal ohne Shader! Sieht ja sowieso gut aus mit Labymode und dem Texture Pack! Meiner Meinung nach... Bestauen Sie jetzt die ultimativen Jump'n'Run Skills des Doktor Raxos! Er ist der beste Jump'n'Run-Skiller auf dem gesamten Planeten! Wieso sehe ich die Hitboxen von denen? Ach, mit C aktiviere ich und deaktiviere ich die! Das ist natürlich nur unpraktisch, ne? Bei der Taste zoome ich nämlich auch! Ich bin, by the way, richtig schlecht in Jump'n'Leak! Ich habe das bisher irgendwie erst einmal richtig gespielt! Ah! Seh da, ich bin Pro! Yay! Das ist die erste Kiste! Was ist dieser Sonic? Ich kapiere es nicht! Ne Kiwi! Junge! Wieso... Wieso habe ich nur einen... Ist das ein Zombie-Helm? Kalis Mütze! Spülnase der Gerechtigkeit! Oh, alles klar! Aber machen wir jetzt! Was ist dieser blaue Igel? Ich verrieße es nicht! Oh damn! Ich bin letzter! Cool! Ich habe nur 1% geschafft! Oh Gott! Ich hasse solche eigentlich einfachen Jump'n'Runs! Denn wenn man es nicht schafft, fühlt man sich richtig schlecht, weil es eigentlich... Ich habe mein Schwert gedubt! Äh... Mann! Oh! Ich bin so dämlich! Yay! Checkpoint 1! Yay! Persönlicher Modul-Rekord! Ich war noch nie in diesem Modul drin! Ich habe einen Knüppel! Ist das denn überhaupt ein Knüppel oder ist das einfach nur ein Stock? Wenn es einfach nur ein Stock ist, dann bin ich schwer... Ich bin nicht gesprengtert! Ich bin schon wieder nicht gesprengtert! Ich bin schon wieder nicht gesprengtert! Alter! Das war aber ein einfaches Modul! Das Ding ist halt, es gibt hier Solo-Jump-Leak und Duo-Jump-Leak oder halt einfach Team-Jump-Leak! Und das unterscheidet sich einfach nur, indem da unten Teams verboten steht und beim anderen steht da Teams erlaubt! Das ist ein bisschen... Ja, kein großer Unterschied! Zumindest kein wirklich großer! Klar, man kann gebannt werden, wenn man teamt, aber... Wer hält sich da schon? Oh mein Gott! Ein Zaubertusche! Lupina! Die Mushroom Edition! Oh yeah! Bam! Wasserblöcke? No! Immerhin bin ich nicht komplett letzter! Es gibt eine Person, die hinter mir ist! Ah! Das nächste Modul ist normal! Und das hier ist wahrscheinlich noch einfach, ne? Ah! Ah! Wieso geht das nicht? Gibt es irgendeinen Trick für diese Dinger, die ich nicht kenne? Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Goldhelm! Bla 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 bla! Einen Goldhelm soll ich vielleicht anziehen? Holy shit! Ist das ein Hang... Ist das... Ist das ein Hit? Ist das ein Gaming Headset? Was hab ich da vor mir? Was hab ich da an meinem Gesicht? Ist das ein Rudolf Kostüm? Rudolf mit einem Headset? Ich kapier's nicht! Bam! Ich bin so ein Skiller! Ich hab's geschafft! Perfekt! Es gibt niemanden mit mehr Skill, Leute! Ich brenne! Wieso ist das Feuer Weiß? Egal! Ah! Ah! Ist mein Leck! Ah! Ich bin ein Lava! Und wieso lächelt der Sehensand? Der Sehensand lächelt halt echt! Wo soll ich hier lang? Ach! Ich soll hier lang! Ach! Toll! Ah! Ich weiß nicht, wo ich lang soll! Alter! 96%! 97! Scheiße! Ich muss mich be... Ich schaff' nicht meinen ersten Sprung! Hm! Ich bin... Ah! Ich bin so am Stre... Nein! Okay! Konzentrieren! Ich bin so sehr im Stress! Im Stress, weil FBI-Agents hinter mir stehen, die mich bedrohen! Spaß! Wenn das so wäre, würde ich meine geheime Facecam aktivieren, die eigentlich überhaupt nicht existiert! Zwinker! Baaah! Wieso verlassen so viele das Spiel? Tony Plepp hat das... Ach so, das Ziel erreicht! Oh! Ne gut! Nein! Ich dachte, es gibt eine Vorbereitungsfahr... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Oh! Weg! Ah! Hilfe! 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 Nein! Oh mein Gott! Hi! Hi! Janik! Was geht ab? Joi! Ich bin zu der Fall, ich bin zu der Fall! Ich bin zu der Fall! Ich bin zu der Fall! Oh mein Gott! Ah! Bitte! Die sind alle so viel weiter als ich und haben so viel bessere Sachen. Ah Gott! Da hatten die Erschwürt! Ha 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 ha! Sie haben mir die Chance gegeben zu entkommen. Ihre Männer. Da ist jemand, da ist jemand. Nein, 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 nein. Bum bum bum. Alter, wie schön der Himmel aussieht. Ah, bitch! Nein! Nein! Blum, Leute, bei 10 Likes mache ich die nächste Folge. Ha ha! Ich werde sowieso keine 10 Likes kriegen, weil ich nur 23 Abonnenten habe. Egal. Tschüss, ihr Säcke.